Jo Leute was geht und heute mal die fünfte Folge von Minecraft Hardcore Wir haben gerade gestorben gesorgt Ihr seht ich habe schon mal ein bisschen Kohle geholt und ein paar Rinder umgejeixt Nein ich habe dann Probleme mit meiner Tastatur gehabt und musste sich kurz zurücksetzen und Dann hat das Game nicht richtig abgespeichert Ich habe jetzt trotzdem noch die ganzen Sachen hier Und ich bin noch nicht gestorben Zum Glück Aber heute wird, also ich wollte eigentlich eine Höhle suchen, habe keine Höhle gefunden Und dann war die ganze Folge im Arsch und ich habe einfach mir jetzt gedacht Weil eh nicht viel passiert ist in den 20 Minuten glaube ich Dachte ich mir einfach, würden wir uns jetzt so einfach mal nach unten und suchen mal eine Höhle irgendwo Viel Spaß So dafür machen wir die altbekannte 2-Block-Tag-Güberschätzung hier in die Mitte Aufmerksamkeit 64 54 54 Ja ich glaube Ich mache mal noch ein paar Weil ich möchte, ich würde ganz wundern in den tiefen Schiefer und ich glaube das sollte .. .. ... Prozent so vielleicht erklärt dass sie jetzt natürlich nicht scheiße aus und buddeln wir uns hier auf den Blöcken so runter Prozent Euro die reißte ich dann noch mal ein bisschen runterbauen ich würde mir probieren müssen zu wissen in er ist doch das ist meine ganz richtig mal aber noch ein paar extra dafür nochmal gemacht. Ja, ich muss mal gucken, wie wir jetzt hier runterkommen. Dicker! Alter. Wirklich, wie nervig. Okay, das Slapis. An sich auch was Gutes. Nice. Was Gutes, gut so. Ah, nice, nice, nice. Ich habe zwar mies, jetzt zieht es aber gut. Boah, ich glaube, das ist eine ganz gute Hölle. Ich muss das nur nochmal hoch. Weil ich mir nochmal einen sicheren Weg inbauen will. Nice. Oh, eine Hexe. Das könnte auch ziemlich bodenlos werden. Ich brauche eigentlich... Ich habe halt einen Pfeil. Komm mal her. Die wirft halt gleich wieder irgendein... Ja, okay, Digga. Der, warum chillt die eigentlich da oben? Egal, Gift tut er, glaube ich, nicht mal ganz töten. Ah, mal nachräumen. Was kommt denn die jetzt hier hoch? Na, wohnen. Bitte, wie lange hält denn das? Digga. Hier. Bei dir ist jetzt sterb, was das? Ich hätte Milch einfach mitnehmen müssen. Hätte Milch einfach mitnehmen müssen. Ne. Ich glaube, man stirbt nicht ganz. Ja. Oh, mein Gott, ne. Ich will halt eigentlich wirklich mal was. Ne, ich will mal erstmal was. Digga. Ich brauche Milch einmal. Das hat mir irgendwann nochmal eine Kuh geholt. Wo ist die scheiß Hexe hin? Aktuell Lava-Blubber. Der... Honig, hab bitte der Creeper in mir geguckt. Komm, mach, mit dir einfach alle weg. Toll. Oh, oha. Nice. Junge, Alter. Die tut sich ja alles selber in die Luft springen. Das ist alles verrückt. Na ja. Die. Die. Ja, hier. Hat'n. Woher durchs Kust counties. Ja. Ja, hier. Ja, hier. Nein, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. für die Folge ist geil ey es was die Kappel ist hier so viel okay ich glaube in den nächsten Folgen werden wir auch nochmal ordentlich was hin äh hingehen und ordentlich noch was absagen wir sind schon über das Deck, Digga na fast und da wird 20 so ordentlich oh mein Gott da haben wir nochmal Diamanten ey was und das sind ja voll viele oh Digga, Alter die beiden jetzt nochmal hier ist irgendwie eine Strömung Digga einen krieg mal na komm den zweiten auch noch oh mein Gott das sind noch mehr Alter wir haben 10, der hat vielleicht 12 oder 13 wir, ok wir haben 12 glaube ich komm 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 hier unten ist dann auch finito da macht mir damage ja unter Wasser bist du so gut wie keiner auf einmal, auf einmal hättet der doch wieder alles oh mein Gott okay lass mich einfach nur weg hier ich hab keine Fackeln und kein nichts das ist das ist das ist das ist Ich glaube die Diamanten, die hebe ich erstmal auf, machen wir jetzt erstmal Eisen-Equipment, weil mit Eisen-Sachen kannst du schon relativ lange überleben. Für die Volkssauce habe ich erstmal gewesendet. Ich mache das jetzt noch kurz fertig. Mein Schmelzofen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es war übel spannend. Ich bin wirklich nicht einmal gestorben. Man hat es ja auch nicht gesehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.